Dieses Spiel haben die Bayern nicht während des Spiels verloren, sondern vorher verloren. Denn wenn Bayern München konzentriert mit Erledigung sämtlicher Aufgaben, die Nagelsmann der Mannschaft mit Sicherheit mitgegeben hat, erledigt, kann solch ein Ergebnis nicht zustande gekommen. Es gibt Glück- und Pechkomponenten im Fußball, überhaupt keine Frage, aber dieses Spiel ist vorher verloren geworden. Aber da bin ich doch sauer als Trainer in der Zeit. Natürlich, da bin ich stieg nicht sauer, aber das sind Dinge, die passieren immer wieder. Und es macht auch die Klasse einer Mannschaft wie Bayern München aus, solche Spiele zu verlieren. Aber Spiele, bei denen es um alles geht. Die Klasse von Bayern macht das aus, solche Spiele zu verlieren? Nein. Nachdem ich solche Spiele verliere, der Unterschied zu anderen Mannschaften, die auch gegen Bochum in solcher hervorragenden Form verlieren, ist, dass Bayern München solche Spiele verliert, aber nicht Spiele, die der Knackpunkt darstellen kann. Sprich gegen Borussia Dortmund, gegen Leipzig, dann, wenn es darauf ankommt. Dann sind sie nämlich vorm Spiel dermaßen auf den Gegnern, auf seine eigenen Fähigkeiten, sich selber fokussiert, dass sowas nicht entsteht. Was ich nicht verstehe, Nagelsmann ist ja gefeiert worden, dass er so ehrlich war und gesagt hat, dass das Training am Freitag schlecht war. Alarm. Alarm. Immer so. Was mache ich, das ist ja toll, dass er dafür gefeiert wird, aber dann bin ich doch in der Verantwortung. Also muss er das sagen? Wenn er das sagt, dann ist es aus meiner Sicht ein Fehler. Weil er muss als Trainer reagieren. Er hat es ja beobachtet und du als erfahrener Trainer, das hättest du dir doch nicht bieten lassen. Wenn das Training schlecht läuft, wenn du als Spieler damals gesehen hättest, da wird schlecht trainiert, dann hättest du entweder als Spieler dazwischen gewichst oder du als Trainer und gesagt, da muss ich einen Reizpunkt setzen. Und genau die Diskussion, die ist ja jetzt auch entstanden. Da kann er sich ja nicht hinstellen und sagen, habe ich gesehen, ist halt passiert. Das nimmst du wahr, das nimmst du wahr, aber du hast nicht reagiert. Die Reaktion, deswegen sagte ich ja, Entschuldigung. Da bin ich aber ein bisschen bei Christopher, weil das zu sagen am Donnerstag, ich habe es im Training schon gesehen. Das haben wir alle schon, du hast so lange bei Bayern gespielt, hast du bei Bayern auch festgestellt. Ich habe des Öfteren nicht immer Mannschaften im Spitzenbereich trainiert, aber wenn ich in der Spitzenmannschaft in der zweiten Liga war, gibt es gleiche Verhaltensweisen auch. Dass du plötzlich als Trainer merkst, oh Moment mal eben, der nächste Gegner nimmt die Mannschaft nicht so ganz ernst. Also ein Spannungsabfall. Das ist Spannungsabfall. Ja, im Abschlusstraining merkst du das. Jetzt gibt es die Sache, die ich gerade angesprochen habe. Dieses Spiel verlierst du vorher und nicht innerhalb der Halbzeit oder während des laufenden Spiels. Das sagst du ja. Ja, aber du kannst doch als Trainer eingreifen. Nein. Da machst du beim Training, pass auf, wie geht alle rein. Ich habe keinen Bock mehr, dir das anzugucken. Jetzt lass doch Torsten auch mal was sagen. Das ist doch der einzige Fehler, da ziehe ich den Hut vor den Nagelsmann. Das sagt er doch. Er hätte doch mal handeln müssen. Hättest du dir das bieten lassen, wenn die Mannschaft schlecht trinkt? Ich weiß, was der Peter sagen will aus Trainersicht. Ich sage dir ganz ehrlich, Peter, noch einmal, ich gebe dir da vollkommen recht, dir auch. Aber wenn ich als Spieler erkenne und ich bin ein etablierter Spieler und ich sehe, dass da so eine Kacke abgelaufen wird am Donnerstag, dann gerät ich mal dazwischen, mache meinen Stopp. Das habe ich auch getan in Stuttgart, in Bremen. Ist egal, ob mit J.J. Jokotscha oder sonst was, da habe ich gesagt, bist du mal auf, ihr Pisser. Trainiert, wir haben am Sonntag oder am Samstag ein Riesenspiel vor uns. Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Wir können uns absetzen. Aber wenn du so hoch stehst wie die Münchner, ja, und du sagst in der Halbzeit eigentlich nur, lieber Kimmich, du musst mal ein bisschen besser spielen. Da muss man Stuhl durch die Fenster und Latte fliegen da, das ist so. Aber bei 4-1 kannst du Stühle schweißen, solange wie du willst. Da ist es zu spät. Der Fehler ist der, und da müsst ihr mich mal aussprechen lassen, der Fehler ist der, dieses Spiel, sagte ich, wird vor dem Spiel verloren, wenn ich die Klasse von Bayern München habe. Und da her ziehe ich den Hut vor Nagelsmann, der dann sagt, in der Halbzeit muss ich nichts mehr machen. Nee, das ist vorbei. Aber er hätte vorher reagieren müssen. Das habe ich doch gerade gesagt, vorher. Vor dem Spiel ist das Spiel verloren. Auch der Fehler war von Nagelsmann, es gibt ja noch zu, das sagt er auch. Du führst doch 1-0 in Bochum. Ja, natürlich, aber trotzdem, du merkst doch alles erst mal so. Nein, es lief nicht. Aber da muss er frei, da muss er reagieren. Ich habe doch gesagt, vor dem Spiel, das Spiel war am Samstag. So, jetzt, sagen wir jetzt so. Bitte einen Applaus, ich brauche unter Schüttung. Vor dem Spiel. Aber ich will noch mal was sagen, Thomas, über Nagelsmann. Da hätte er seine Autorität ein bisschen stärken können in der Halbzeit. Ein anderes Gesicht aufziehen vor seiner Mannschaft. Nicht immer nur den Arschgriecher spielen und sagen, hey, ihr seid 12-Klasse. Da muss man einen Pfiffer rein in der Halbzeit. Da musst du mal zeigen. Das ist die Kasala hier. Nein, nicht nur Kasala. Da musst du mal einige Spieler auch ins Gesicht gucken und sagen, hey, ihr seid jetzt verantwortlich für den Sieg gegen Bochum. Da ist ja nichts passiert. Also du hättest anders reagiert. Ja, selbstverständlich. Du hättest natürlich schon gesagt, pass mal auf, Uber, Meccano oder wer auch immer. Den hätt ich aufgehangen. Ja, das hättest natürlich nicht. Nee, den hätt ich aufgehangen. Ganz ehrlich, der spielte die Innenverteidigung. Bild nicht so. Nee, nee, Bild. Also ja, Bild nicht auch. Bild nicht, Torsten. Ich bitte dich.